Kopf schlägt Kapital, wir sind das Kapital und David gegen Goliath. Diese drei Bücher wurden alle von Prof. Dr. Günther Faltin verfasst und ich erkläre euch heute, warum es gerade jetzt interessant ist, sich als Investor mit diesen Büchern zu beschäftigen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Finanzgeschichten.com. Mein Name ist Matthias Schmidt. Heute möchte ich euch drei Bücher von Prof. Dr. Günther Faltin vorstellen. Prof. Faltin lehrte Entrepreneurship an der FU Berlin. Auch wenn diese Bücher nichts direkt mit Investieren zu tun haben, möchte ich sie euch heute hier vorstellen. Und zwar es hat zwei Gründe. Der erste ist meiner Meinung nach eine Art kreative Zerstörung, die im Moment durch die Corona-Krise ausgelöst wird. Und diese kreative Zerstörung hatten wir auch im Jahr 2008, 2009 ausgelöst durch die Finanzkrise. Wenn wir mal zurückblicken, dann ist in der Zeit das iPhone und das iPad entstanden und hat in Siegeszug angetreten. Die Social Media Plattformen haben der Zeit danach zum Siegeszug angesetzt. Anfang 2009 wurde Bitcoin eingeführt. Die B2B Credit Plattformen haben ihren Siegeszug begonnen. Und last but not least haben wir zum Beispiel in Deutschland einen Immobilienboom gestartet, der dann über zehn Jahre ging. Und ich denke, dass auch nach der Corona-Krise neue Trends gesetzt werden, die über ein Jahrzehnt hin anhalten, die auch dem Wirtschaftsleben und dem gesellschaftlichen Leben eine neue Richtung geben werden. Und genau deshalb halte ich es interessant, sich jetzt mit so Themen wie Entrepreneurship zu beschäftigen, um vielleicht auch Impulse und neue Ideen zu bekommen. Es gibt auch noch einen zweiten Grund, warum ich diese Bücher hier vorstellen möchte. Häufig wird ja kritisiert mit Sparplänen von 50, 100 oder 200 Euro im Monat, schaffte es nie ein großes Vermögen irgendwann aufzubauen. Schauen wir uns das Ganze mal zum besseren Verständnis als eine Grafik an. Und zwar einerseits analysieren wir erstmal den Ist-Zustand. In unserem Beispiel sagen wir, es ist ein Vermögen von 10.000 Euro vorhanden beim Anleger. Es ist eine monatliche Sparrate von 200 Euro da. Und sein Ziel ist es, in 20 Jahren Millionär zu werden. Und jeder, der das Ganze jetzt mal in den Zinseszinsrechner eingibt, kommt auf das Ergebnis, dass er etwa 19,2% Rendite pro Jahr braucht. Und wir alle wissen, selbst Warren Buffett hat sich sehr schwer getan, langfristig 19,2% Rendite pro Jahr und zwar konstant zu erzielen. Genau daher sagen viele eben, ja es ist ja viel Fantasiererei dabei. Bei einer Rendite von 7% und 200 monatlicher Einzahlung und 10.000 Euro Anfangsinvestment kommen nach 20 Jahren rund 145.000 Euro raus. Und dann kommt eben von vielen die Argumentation, diese Rendite ist nicht zu schaffen, das ist alles unrealistisch, das kann man nicht schaffen. Aber, was die meisten nicht verstehen ist, in dem Moment, wo ihr diese, ich nenne es mal Blackbox oder diese Maschine betreibt, also sprich, ihr habt einen Ist-Zustand, ihr buttert jeden Monat etwas rein, sei es in ETFs oder sei es in Aktien und ihr habt ein Ziel, wo ihr hinkommen wollt. In dem Moment, wo ihr dieses System aufgesetzt und zum Laufen gebracht habt und regelmäßig investiert, wird euer Vermögen wachsen und es wird auch motivieren. Dieser Vermögenszuwachs wird motivierend wirken. Dann setzt bei vielen nämlich ein Prozess ein, nämlich die Frage, wie schaffe ich es, mehr Geld jeden Monat in diese Maschine reinzubuttern? Oder einfacher, wie schaffe ich es, meine Sparrate zu erhöhen? Und hier kommen genau wieder die Bücher ins Spiel. Nämlich sie zeigen, wie es ganz einfach möglich ist heute, ohne großes Kapital, nur mit Ideen, mit etwas Zeit, mit Engagement und mit Leidenschaft, ein kleines Unternehmen oder ein kleines Projekt hochzuziehen und hierüber zusätzliches Kapital zu generieren, das ihr Monat für Monat in eure Investments reinstecken könnt. Der Titel des ersten Buches lautet Kopf schlägt Kapital. Damit ist gemeint, dass es heute viel wichtiger ist, eine gute Geschäftsidee zu haben und diese Geschäftsidee auch in gute Geschäftsprozesse umzusetzen, als über eine große Menge an Kapital zu verfügen. Professor Faldin favorisiert dabei immer das Modell Gründen in Komponenten. Das bedeutet, man muss nicht alles selbst machen, sondern man holt sich für jeden Bereich am Markt einen Experten und baut hieraus ein Geschäftsmodell auf. Als Professor wollte er zeigen, dass das Ganze nicht nur in der Theorie funktioniert, sondern auch in der Praxis. Deshalb hat er 1985 begonnen, in der Projektwerkstatt die D-Kampagne ins Leben zu rufen. Und zwar ist er auf den T-Markt gestoßen, weil ihm aufgefallen ist, dass gerade in Deutschland der Tee sehr teuer ist, während in vielen anderen Ländern er deutlich günstiger ist. Und als er diese ganze Situation analysiert hat, hat er festgestellt, dass es daran liegt, dass wahnsinnig viele Zwischenhandelsstufen da sind. Der Ausgangspunkt der Tee-Kampagne war nun, den Tee einmal im Jahr in einer Kampagne direkt beim Bauern zu kaufen und alle Zwischenhandelsstufen auszuschalten. Und die D-Kampagne zieht sich auch komplett durch dieses erste Buch durch. Er kommt immer wieder darauf zurück, er zeigt anhand der Tee-Kampagne, dass das, was er propagiert, also dieses Gründen in Komponenten, dass es nebenbei möglich ist, dass es funktioniert. Und er nennt auch andere Beispiele, die dann nach dem Vorbild der Tee-Kampagne gegründet worden sind. Die Tee-Kampagne ist inzwischen einer der größten Tee-Importeure. Ich selbst beziehe, seit ich das Buch gelesen habe, meinen Tee über die Tee-Kampagne. Die Qualität ist hervorragend, das Preisniveau ist super und gleichzeitig weiß ich, dass auch der Betreiber der Tee-Plantage einen ordentlichen Anteil von dem Preis abbekommt. Durch die Ausschaltung des Zwischenhandels hat Faltin ein super Unternehmen gegründet, das für alle Seiten Mehrwert schafft. Und das ist auch so dieser Gedanke dabei. Wie kann ich mit intelligenten Unternehmensprozessen Mehrwert für alle schaffen? Kopfschlecht-Kapital habe ich seinerzeit als Hörbuch angehört. Wenn ihr noch kein Abo bei Audible habt, dann könnt ihr das Ganze dort kostenfrei anhören. Ich verlinke euch das Ganze unten in den Beschreibungen. Kommen wir nun zum zweiten Buch. Wir sind das Kapital. In diesem Buch geht der Autor erst mal darauf ein, warum in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Marke immer wichtiger geworden ist und wie viel das Unternehmen für den Aufbau von Marken aufwenden. Im zweiten Teil zeigt er dann, wie Innovation von unten gelingt. Wie ihr also gegen diese große Marke einfach mit Qualität, mit Ideen ankommen könnt. Und besonders interessant fand ich auf Seite 123 eine Grafik, die dann im dritten Kapitel im sogenannten Entrepreneurial Design kommt. Ich blende euch hier mal die Bausteine des Entrepreneurial Designs ein. Wichtig ist, dass eure Aktivität, eure Idee stimmig zu euch selbst, zu eurer Person sein müsst. Ihr müsst euch mit diesem Angebot wohlfühlen. Ihr müsst es ehrlich leben. Dann ergibt das Ganze auch Sinn und dann habt ihr überhaupt noch eine Chance, damit erfolgreich zu sein. Das Ganze muss eine Balance aus ökonomischem, ökologischem und sozialem Denken sein. Und das Ganze geht dann ein in eine Art künstlerischer Prozess, nennen wir das Entrepreneurial Design. Und am Ende muss das Ganze auch stimmig zum Markt sein. Und diesen Prozess von stimmig zu eurer Person bis hin zu stimmig zum Markt, den müsst ihr immer wieder mit der Idee durchlaufen. Und wenn ihr an einem Punkt mit der Idee scheitert, müsst ihr die Idee wieder anpassen, neu kombinieren, neu analysieren. Und so kommt ihr am Ende zu einem Geschäftskonzept, das im Prinzip zu euch passt und für das es auch tatsächlich einen Markt gibt. Und damit generiert ihr für alle einen Mehrwert. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass ihr mit diesem Geschäftskonzept erfolgreich seid. Kopfschlägt Kapital bekommt ihr bei Amazon als E-Book, als Kindle-Version bereits für 4,99 Euro. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Beschreibung. Kommen wir nun zum dritten Buch. David gegen Goliath. Das Buch ist 2019 erschienen. Es ist eine komplett überarbeitete und erweiterte Neuauflage von Kopfschlägt Kapital. Und ich finde, er hat in dem Buch noch einen viel stärkeren Fokus auf die ökologische Seite gelegt. Und ich glaube gerade deshalb kann dieses Buch im Moment sehr interessant sein, denn im Zuge der Corona-Krise und den ganzen kreativen Zerstörungen, die stattfinden, könnte bei vielen Innovationen auch der ökologische Aspekt deutlich im Vordergrund stehen. Und ich kenne bereits einige, die in den letzten Jahren in diesem Bereich Unternehmen aufgebaut haben und sehr erfolgreich waren mit dem Fokus auf den ökologischen Aspekt. In dem Buch zeigt Falti nochmal deutlich auf, wie es bereits sehr einfach, beginnend mit einer einfachen Sammelbestellung, für sich, für Freunde, wie es sehr einfach möglich ist, Ideen auszuprobieren, sich langsam an das Thema heranzuwagen, ohne dass man gleich ein Unternehmen gründen muss. Die Bücher sind, finde ich, sehr interessant, sehr kurzweilig geschrieben. Ich habe sie sehr gern gelesen und ich denke, dass gerade in der jetzigen Zeit des Umbruchs diese Bücher eine wahre Quelle der Inspiration sein können. Falls ihr die Bücher schon gelesen habt, kommentiert doch mal, wie ihr sie findet, ob ihr bereits für euch, für euer Leben, für euer Unternehmertum, für eure Anlageentscheidungen, Ideen daraus gewinnen konntet, schreibt es unten in die Kommentare. Das war es für das heutige Video. Falls ihr den Kanal bisher noch nicht abonniert, drückt bitte den Abo-Button, drückt auch die Glocke, dann wird ihr bei jedem neuen Video informiert. Bis zum nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen.